Ich habe keinen Big Tower, sondern Midi Tower für ATX. Okay, ATX sagt dir nichts. Ja, so einen mittleren. Nicht so einen riesigen Big Tower. Digger Pit, er will direkt die 9 ausschlachten. Ja, alter du Hund. Was machst du hier? Achso, das ist ein Job. Das bin ich nicht. Nur weil ich das jeden Tag spiele. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe jetzt Bibi rein. Ihr seid Hunde. Das Lied wäre in den 90's erfolgreich gewesen. Geht drauf. Ich bin noch nicht Löw. Jetzt bin ich Löw. Ich warte bis er einen Range hat. Verdammt, der hat gejuckt. Der hat gejuckt, Bro. Der hat gejuckt. Der hat gejuckt. Der hat gejuckt. D Geralt. Keine Ahnung, wo Cardi ist. Okay. Ja, ich bin ne Safe eigentlich. Ja, ich bin neid. Der hat noch ein Viertel Leben. Okay. Er ist noch Level 4. Mach einfach seinen Blue genau. Na klar, der hat ihn gedroppt. Okay. Aber ich gank ihn. Ja, der hat seine 3 benutzt. Nice. Digga, es ist bis jetzt noch niemand gestorben. Oha, stimmt. What the fuck? Okay. Ich bin nicht mehr. Ja, ich bin nicht mehr. Oh, halt's Maul. Ich bin als erster gestorben. Ah, Tigger. Ich sie. Alle, die auf mich gewettet haben. Warte. Alle, die auf mich gewettet haben, sind an sich gegen mich gewesen, oder? Weil die Frage war ja, wer stirbt zuerst. Ja. Stimmt. Ich habe Pech für euch, Leute. Ja, Tigger, als Jungler ist es ja auch klar, Mann. Tigger, Solo-Lehner kämpfen 24-7 gegeneinander. Ja. Ja, dann hast du verloren, Bro. Hi, Digg, du hast auf Dino gebetet, du hast aber verloren, du Lapp. Ah, nee, dann passt der, nee, dann passt der, nee, dann passt der, hat er gewonnen. Achso, stimmt, warte. Okay, ich nehme es zurück. Der hat keine Ulti, bei dem. Ja, ich weiß, ich bin schon am Blut. Der hat immer noch keine Ulti. Der hat sie gerade nämlich, gell? Das war keine gute Idee, Bruder. Der dachte ich wahrscheinlich auch gerade, nein. Oh, Kali ist bei mir. Nein, Bruder. Wieso bist du wieder reingegangen? Ich wollte kämpfen, aber. Oh, Minions, easy. Jo, Max, alles gut, willkommen. Ah, jo, herzlich willkommen. Warte, in zwei Minuten legte er los mit Telekom. Tigger, Telekom ist brutal. Okay. Ja. Dew, warte. Du. oh Alle tanzen den Humo-Dance. Okay. So, ich gank ihn wieder. Ja. Ulti ihn. Ah, es kommt auch. Ulti, Ulti, Ulti. Ah, ich hab kein Mana mehr. Fug. Schade. Vielleicht dropf ich noch schneller sein Blut, bevor Kali kommt. Ah, es kommt. Ah, es kommt. Ich bin am Arsch. Hast du deinen Chain getroffen? Cyrus auch hier? Ja, ja, ja. Lauf weiter. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Alter. Guck mal, Kali, komm. Ah. Nein, ich hab, ich wollte grad blicken. Nein, Mann. Nein. Ich seh. Ey, diese Lieder. Los, difet mich. Achst du teleport? Ja. Ja. Ah, perfekt. Every mortal living or dead must kneel. Nein. 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 Okay. Okay. Bye-bye. Bye. Was ist das? Out of mana! An ally has been slain. An enemy has been slain. How away is enemy ultimate down? Double kill now. Ultimate is ready! Okay! Nothing, it's part of me. Osiris ulti. Up there back there. Out of control. Oh god! Ja, bist du tot, gell? Ja, ja. Danke, Damian. Ja, wäre Raijin nicht noch gekommen, das wäre dann richtig stabil gewesen. Oh yeah, jetzt geht's los. Was ist das? Wie nennt man das nochmal? Dieses Hardstyle-Hardstyle. Hardstyle-Hardstyle? Hardstyle-Hardstyle. Ja, ich defend. Jule ist heute noch unterwegs. Glaubt ihr hat heute keine Zeit? Ja, ich habe heute noch versucht. Ein Mann wurde schlossen. Ihr leften Tor ist untertitelt. Du bist inspirierend. Gank, right lane. Enemies, missing left. Okay. Enemies, spotten. Enemies, spotten. Be right back. Ultimate ist bereit! Attack! Niemand hat meine Fähigkeit Danke Und Allah hat geschlägt Double kill Oh, Zara's ulti down. Ah, Zara's ulti, des links. Blue liegt. Okay. Lass mal den Tower nehmen, ey, das ricken kannst du auch. Ist halt echt so. Ah, okay, warte, ich geh. Ja, geh in die Mitte scheiß drauf. Räumt auf, räumt auf. Nice, nice. Ah, nein. Wir sind jetzt in die Mitte kommen, Osiris. Okay, nice. Aber an dem lag's jetzt nicht, dass sie gestorben ist. Ne, 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 ich mein grad nur so, weil der auf Capri losgang ist. Ich darf gleich übertreiben. Physikal die Fanze brauche ich. Ich hasse Alang Shen. Alang Shen ist ein Hund. Ja, ist der Cat, können wir schon mal an. Easy. Ich spiele Alang Shen nicht, weil er broken ist. Ich mag jetzt nicht broken, Götter zu spielen. Und dann spielt der Aukon. Der ist nicht broken. Der ist broken. Nein. Wir hatten's jetzt immer, wenn wir Aukon gegner haben, haben die verloren. Die konnten, ne, die spielen deswegen. Ja, aber das heißt, broken heißt ja, du musst den einfach spielen können. Aber der ist trotzdem broken, wenn du ihn spielen kannst. Ja, ja, dann schon. Da ist ne RS, äh, hier, ein Dings, Autoposition. Ja, ja, der ist gut. Wir könnten, äh, ich hab keinen Teleport, also müssen wir irgendwas hier machen. Push mit, der. Nein, du brauchst nicht, komm. Ah, okay, einer muss zurück links defenden, Digga. Ja. Das krieg ich eh nicht mehr hin. Diese schwule Split-Push-Scheiße. Ich krieg nen Anfall, wenn ich die seh. Die sind, äh, Richtung Dein Speed. Äh, die kommen. Á ein Bin ich da. Ja. Oh, da fetzt er, die mir den Weg blocken. Ich war gar nicht da. Ich, Capri und die auch mal. Ach so, ja, okay. Hast du noch da gewesen, hätt ich gar nichts machen können. Digga, Dommel, du haust hier Rassismus wieder raus, du lief. Gib das zu meinem Vater. Kann das Pyromatze machen? Okay, komm. Ich bin auf dem Weg. Ich hab Teleport, ich soll da nicht nach rechts gehen. Kannst du das auch solo? Ja, ja, ich kann es solo loonen. Ah, hier kommt grad ein A-Russ. Alles gut, alles gut. Okay, hat gehootet. Fick mich halt einfach mal. Legit. 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 Ha, du Pisa. Nein. Wie oft hab ich das gesagt. Oh mein Gott, Digga. Egal, egal. Uh, Raijin Ulti. Ja, Aris Blink-Ultis auch da. Okay. Oh, das klappt mein ich. Ich seh nichts wegen dem Jormon, Alter. Der Hund sitzt mir am Nacken. Äh, scheiß drauf. Nice. Hier sind so drei Fettsäcke, die rumlaufen. Ich sag doch, Alter, guck dir das mal an. Alter, was ist das für ein rassistisches Lied? Dome, Digga. Das muss ich echt überspringen, das ist zu viel. Ist das so krass, oder was? Ja. Ey, stehs. Ich brauch ne Wadern, Digga. Gut, dass wir das gleiche, Digga. Oh, Bruder. Ich bin nicht da. Oh, die haben Fat Damage gefressen. Ich bin auf dem Weg, aber ich brauch noch. Oh, Bruder. Ich bin nicht da. Nice. Komm schon, Bro! Ich bin geslowt, Bro! Komm schon! Wir haben keine Skills mehr! Ah, Alter! Mega! Aber geslowt seinen Vater, Mann! Was schlürst du? Raijin plus Osiris. Ja. Der Kugel ist dann der Kugel. Jetzt kommt er. Auf meiner Weg! Ja! Wo müsste was dahinter stehen? Ja, das ist wie der Bot sagt, so Heidi, entspann dich. Oh, Kali ist gejumped, Kali ulti down, ok, 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 Kali blink, Kali ulti, ok, was war aber alles. Woher gehst du hinter dir, Digga, hinter dir? Ich weiß nicht warum ihr immer ohne mich kämpft, Alter. Digga, ihr habt doch auch schon ohne mich gekämpft. Ihr habt doch auch schon ohne mich gekämpft. Immer! Doch nicht in so einem Stadion, wenn fünf Leute da sind und ich sage, ich push links, fängt ihr doch an zu kämpfen. Ja, er ist selber weiter gepusht. Blacklist, wo Wörter drin sind, die er nicht benutzt. Ja, wenn du zum Beispiel Sachen eintust, die keine Lieder sind. Oder wenn das zu lange geht, sagt er, nö, nö, du. Nö, nö. Egal, rechte, sauber geht uns. Oh, nice. Ja. 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 Okay. Also, das ist sicher. Auf der anderen Seite... Anja. Wie ist das? Es bleibt ja auch gut. Aber hier ist es schön... Wir schauen jetzt weiter an. Nein. Das ist toll, nice. Aufgeräumt haben wir jetzt, Alter. Ist nice, wenn man ein Teamfight gewinnt, wenn der Gegner falsch antreibt. Boah, Digga, Digga, hab ich geflasst, what the fuck? Digga, was war das? Hey, wir können banden. Ja, ja. GG. GG. Alter, der letzte Kampf war geil. Ja. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.